Einen wunderschönen guten Tag. So schön, dass du hier vor Ort bist oder live oder auch in Gießen. Jawohl. Für manche sollte es gut sein, auch im zweiten Gottesdienst dabei zu sein. Nämlich um 14 Uhr werde ich in Gießen noch einmal predigen. Let's go. Der Titel meiner Predigt lautet heute Gnade und Geld. Es ist kein Widerspruch, sondern du darfst nach der Predigt das wirklich zusammen sehen. Gnade und Geld. Egal, ob du den Zehnten schon 20 Jahre in das Haus Gottes gibst oder dich noch nicht getraut hast, diesen Glaubensschritt zu wagen. Ich glaube, dass wenn das Wort Gottes gepredigt wird, entsteht Glauben. Und wenn Glaube entsteht, ergreifen wir die Dinge Gottes, die er für unser Leben hat. Deswegen Gnade und Geld. Kein Widerspruch, sondern zusammen. Ich möchte genau dafür beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Und Heiliger Geist, öffne unsere Augen des Herzens, um diese Wahrheiten zu erkennen. In Jesu Namen. Amen. Ich las vor kurzem eine Geschichte von einem Gastsprecher, der in einer kleinen Kirche, in einer kleinen Gemeinde gepredigt hat. Und er hat eine grandiose Predigt über den Zehnten gehalten. Und der Pastor dieser kleinen Kirche ging dann zu dem Gastprediger und er hat sich ihm anvertraut. Danke für deine wundervolle Predigt, die war so stark. Aber in den letzten Monaten hat es für meine Frau und mich leider nicht ausgereicht. Und wir konnten, wir haben es einfach nicht geschafft, wegen der Rechnungen Gott den Zehnten teilzugeben und in das Haus Gottes zu geben. Und der Gastsprecher hörte den Pastor so an und er hat ihn herausgefordert oder auf Neudeutsch gechallenged. Und er hat ihm gesagt, bevor du irgendetwas mit deinem Einkommen, mit deinem Gehalt tust, leg bitte für ein Jahr lang jeden Monat ein Zehntel deines Gehalts zur Seite und gib ihm Gott und deinem geistlichen Zuhause der Gemeinde. Und wenn irgendwann, egal wann, wenn irgendwann in dieser Zeit, wo du Gott den Zehnten gibst, du merkst, oh jetzt kann ich meine Rechnungen nicht bezahlen, hast du die Erlaubnis von mir, du darfst mich jederzeit anrufen und sagen, ich brauche diesen Betrag, weil ich den Zehnten gezahlt habe, fehlt mir der und ich brauche Geld. Und ohne, dass ich dir eine Frage stelle, werde ich dir einfach nur das Geld überweisen. Das ist doch mal ein Deal, oder? Da würden einige, ja und Amen, jetzt gebe ich meinen Zehnten. Danke, Jesus. Nach einem Jahr ruft dieser Pastor dieser kleinen Gemeinde den Gastsprecher an. Ich habe dich seit einem Jahr nicht angerufen, weißt du warum? Ich habe jeden Monat den Zehnten zur Seite gelegt und dem Gott geweiht und in das Haus Gottes gegeben. Und ich weiß nicht, wie es sein konnte. Ich verstehe es nicht, auch mathematisch verstehe ich es nicht. Wir konnten immer die Rechnungen zahlen. Und der Gastsprecher auf der anderen Seite des Telefons sagte so, preis den Herrn. Aber jetzt habe ich eine Frage an dich. Warum konntest du mir mehr glauben als Gott? Warum konntest du meinen Worten mehr vertrauen als Gott? Was ist der Zehnte? Der Zehnte bedeutet ein Zehntel. Zehn Prozent des Einkommens gehört Gott und dem Haus Gottes, wo du dein geistliches Zuhause hast. Die Frage lautet, müssen wir als Christen den Zehnten des Einkommens zahlen, den man im alten Bund an das Haus Gottes zahlte? Eigentlich drückte die Formulierung meiner Fragestellung schon ganz viel von einem falschen Verständnis aus, was leider einige Christen noch haben. Der Zehnte war vor allem eine Pflicht für die Juden im Alten Testament, die unter dem Gesetz des Moses lebten. Ich hoffe, du hast irgendetwas dabei, um irgendwas aufzuschreiben. Also ein Blog oder ein Handy, weil ansonsten musst du die Predigt halt über YouTube noch einmal sehen. Denn es gab nicht nur einen Zehnten im Alten Testament, sondern drei. Gut, dass du heute hier bist. Gut, dass du dir die Sachen merkst. Der erste Zehnte ging an die Leviten, die in der Stiftshütte und später im Tempel dem Volk und vor allem Gott dienten. Wer diesen Zehnten nicht bezahlte, so sagt uns das Wort Gottes, der beraubt Gott. Der zweite Zehnte sollte für die Feste in Jerusalem gegeben werden. Das Volk Gottes wurde aufgefordert, kommt nach Jerusalem und bringt euren Zehnten, damit wir gemeinsam essen und trinken und feiern in der Gegenwart Gottes. Was für ein schöner Zehnte, oder? Der dritte Zehnte war ein Amen-Zehnte. Diesen gab es in jedem dritten Jahr, womit die Witwen und Waisen unterstützt wurden. Das bedeutet pro Jahr 3,33 Prozent. Dazu gab es noch weitere Gebote. Die meisten Leute waren ja Landwirte, hatten irgendwas mit Feldern zu tun. Es war ein Gebot Gottes, dass du deine Felder nicht bis zum äußersten Rand aberntest, sondern du musstest immer was übrig lassen für Menschen, die bedürftig sind. Später gab es dann noch eine Tempelsteuer. Das sehen wir ja auch im Neuen Testament. Petrus angelte da einen Fisch und da ist eine Steuer für Jesus und für Petrus gibt er die Steuer. Diese Zehnten, Plural, waren keine freiwilligen Gaben der Juden, sondern immer eine Art Steuer, um vor allem die Regierung in Form der Leviten und Priester zu finanzieren. Insgesamt waren es also nicht 10 Prozent, sondern um die 25 Prozent des Einkommens. Darüber hinaus gab es natürlich noch freiwillige Opfer für die Stiftshütte, für das Haus Gottes, für den Tempel, wo die Juden auch im Alten Testament schon voller Glauben und voller Erwartung und voller Freude Dinge für Gott gebracht haben. Meine Frage ist jetzt, gilt das auch für uns? Ich habe uns etwas mitgebracht und manche Leute denken, dass alles in der Bibel auf einer Ebene ist. Die Bibel ist eine Scheibe. Alles ist Gottes Wort und alles ist gleich wichtig. Hier ist Erste Mose, hier sind die Psalmen, hier ist Jesaja, Matthäus und Offenbarung. Alles ist Gottes Wort und alles ist gleich wichtig. Und ich stehe heute hier und sage, nein, das ist so nicht. Okay, ihr wisst doch gar nicht warum. Denn in der Bibel siehst du eine fortlaufende Offenbarung, dessen Höhepunkt Jesus Christus ist. Alles aus dem Alten Testament weist auf Christus und die Grundlage für das Neue Testament, für den Neuen Bund ist das, was Christus am Kreuz getan hat. Er ist gestorben und auferstanden von den Toten. Deswegen bezieht sich alles aus dem Alten Testament auf Christus und alles aus dem Neuen Testament, das ist die Grundlage, was Christus vollbracht hat. Ganz einfach, wenn du das Kreuz und Christus, den Tod und die Auferstehung rausnimmst aus der Bibel, weißt du, was übrig bleibt? Es bleibt nichts mehr übrig. Wir haben alles dann verloren. Jetzt sagst du, ja, das freut mich jetzt. Ich bin nicht mehr unter dem Gesetz. Ich bin ja auch kein Jude. Das Gesetz wurde den Juden gegeben. Das heißt, ich muss die Zehnten ja nicht in das Haus Gottes bringen. Ich bin ja nach dem Gesetz. Jetzt ist Jesus hier und er hat alles neu gemacht. Diese Aussage müssen wir einfach mal differenziert betrachten. Erstens, wir müssen gar nichts zahlen und wir müssen gar nichts geben. Wir sind als evangelische Freikirche, wir bekommen weder Kirchensteuern, noch haben wir Mitgliederbeiträge. Zweitens, eine der größten Wahrheiten des Neuen Testamentes ist, dass Jesus uns frei gemacht hat vom Gesetz. Wir sind nicht mehr unter der Knechtschaft des Gesetzes, sondern wir sind frei durch Jesus Christus. Wenn du aber jetzt denkst, nee, das Gesetz des Mose ist immer noch für mich, ja, dann fordere ich dich auf, bitte gib nicht nur 10%, sondern wie wir gerade gesehen haben, 25% in das Haus Gottes. Und halte bitte noch die weiteren über 600 Gebote, weil das ja anscheinend für dich der Weg ist, um in den Himmel zu kommen. Viel Erfolg dabei. Im Neuen Bund, in der neuen Beziehung zu Gott durch Jesus Christus sind wir nicht mehr unter dem Gesetz, weil Christus das Gesetz erfüllt hat. Die Art und Weise, wie wir uns Gott nähern, ist durch Jesus Christus. Wenn du jetzt weitere Fragen dazu hast, geh einfach auf YouTube, das Gesetz tötet, der Geist macht lebendig und da habe ich eine Dreier-Serie für dich zu dieser Thematik. Einige haben es verstanden. Drittens, der Zehnte wird nicht nur im Gesetz des Mose erwähnt, sondern auch 500 Jahre bevor das Gesetz von Mose gegeben wurde. Nämlich bei Abraham sehen wir den Zehnten und auch bei Jakob. So meine Frage an dich ist jetzt, wie viel Zeit hast du heute mitgebracht? Heute können wir leider nicht alles erledigen, aber irgendwann in Jesu Namen wird es ein Teil 2 geben. Und Jesus sprach auch und im Neuen Testament sehen wir auch den Zehnten, was wir auch in den letzten Wochen gesehen haben und gehört haben. Das bedeutet also, dieser Zehnte ist ein göttliches Prinzip, was sich durch den Alten und durch das Neue Testament durchzieht. Lasst uns mal schauen, was Jesus zum Thema Geld gesagt hat. In Matthäus 6, Vers 24 heißt es, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen hassen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt keine Diener Gottes sein, wenn ihr gleichzeitig der Macht des Geldes, dem Gott Mammon, verfallen seid. Früher dachte ich immer, wenn gute Menschen 5 Euro auf der Straße finden, wird dieses Geld schlecht, weil sie das für schlechte Dinge verwenden. Jesus spricht aber hier über was ganz anderes. Er sagt, Geld ist nicht neutral. Er verwendet das Wort Mammon. Mammon war damals die Bezeichnung für Reichtum und Geld. Eigentlich hat es einen neutralen, vom Begriff her ist er ziemlich neutral. Bloß in der Laufe der Zeit wurde dieser Begriff Mammon negativ geprägt. Die Wortwurzel von Mammon ist abzuleiten und bedeutet so viel wie dasjenige, worauf man vertraut. Das ist der Mammon. Und Jesus bezeichnet den Mammon ja wie so eine personifizierte übermenschliche Kraft, die das Potenzial hat, Menschen zu veranlassen, Gott zu verachten und Gott zu hassen. Im anderen Kontext sagt Jesus, der Mammon ist ungerecht. Logischerweise stellen wir uns jetzt eine Frage. Ja, was ist denn mit dem Einkommen, mit dem Gehalt, was ich verdiene? Ich möchte doch nichts mit dem Mammon zu tun haben. Ich liebe Gott, weil er mich zuerst geliebt hat. Wie wird das Geld, was ich besitze, gut und nicht zum Mammon? Eine sehr gute Frage. Gut, dass du sie stellst. Und hier kommen wir wieder zu einem biblischen Prinzip, was wir im Alten und im Neuen Testament finden. Und da heißt es nämlich in Römer 11, Vers 16, Wenn nach der Ernte das erste Brot Gott geweiht worden ist, ist ihm damit alles Brot geweiht, das noch vom Korn dieser Erde gebacken wird. Und wenn die Wurzel des Ölbaums Gott geweiht ist, sind auch die Zweige ihm geweiht. Und was das bedeutet, möchte ich dir anhand eines Beispiels zeigen. Ich habe jetzt hier 10 1-Euro-Münzen. Habe ich mir noch besorgt. So, das sind 10. Genau. Jetzt meine Frage an uns. 10 1-Euro-Münzen, insgesamt 10 Euro. Wie viel wäre der zehnte? Ganz einfach. 1 Euro. Jawohl. Das ist der zehnte. Jetzt aber die Frage, welcher von den 10 1-Euro-Münzen ist denn jetzt nun der zehnte? Du sagst, ja Viktor, das ist doch einfache Mathematik. Jeder ist 10%. Richtig. Nicht der letzte am Ende des Monats gucke ich von dem Rest, was übrig geblieben ist und von dem Rest gebe ich 10%. Sondern der erste ist der zehnte und damit gehört der Gott. Warum? Römer 11, Vers 16 hat es gesagt. Wenn das erste Gott geweiht wird, abgesondert ist für Gott, ist es in dem entsprechend, ist es heilig. Es gehört Gott. Und wenn das erste Gott geweiht wird und heilig ist, heiligt Gott die anderen 90%. Wenn der erste Gott geweiht ist, ist der Rest geheiligt. Also worum geht es bei dem 10. Geht es um, geht es darum, ja Gott braucht das Geld, weil sonst ist er arm? Definitiv nicht. Wir geben den 10. den ersten nicht um Gottes Willen, weil er sonst irgendwie arm wird, sondern er ist um unsert Willen da. Indem ich den ersten und den 10. nachdem ich das Gehalt erhalten habe, Gott gebe, spreche ich Folgendes im Glauben aus. Gott, mein Leben ist in deiner Hand. Du bist mein Herr und mein Retter. Gott, du hast mir Gaben und Talente gegeben, damit ich Geld erwerben kann. Das Brot, was ich auf dem Tisch habe, habe ich aufgrund von deiner Güte. Und weil ich das erste dir jetzt gebe, den 10. das erste, heilige ich dieses und damit heilige ich den Rest meines Einkommens. Und deswegen vertraue ich dir, du bist mein Versorger. Ich brauche mir für den Rest meines Monats keine Sorgen machen, weil der Rest geheiligt ist. Und was geheiligt ist, ist kraftvoll. Was geheiligt ist und was Gott geweiht ist, das kann der Teufel nicht anrühren. Und auf einmal merken wir, da ist eine Kraft dahinter. Gott, all meinen Mangel wirst du aushelfen nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit in Christus. Ja, und über mein Leben ist der Himmel geöffnet, weil ich mit Christus verbunden bin und der Himmel über Christus geöffnet ist. Es wird zu einer Glaubensproklamation und nicht einfach, ich gebe einfach den 10. ja, weil ich ein guter Christ bin. Und das habe ich jahrelang falsch gemacht, ihr Lieben. Und ich möchte ja nicht, dass wir den Fehler machen, den ich gemacht habe. Ich habe jahrelang den 10. gegeben und es war natürlich, als Christ gehört es mir für mich dazu, in das Haus Gottes, wo ich meine Ernährung bekomme, hier in der Move Church, da gebe ich den 10. den ersten Teil. Es war für mich wie Zähneputzen. Es gehört einfach dazu. Und ich war glücklich darüber und ich durfte Gottes Versorgungswunder erleben. Aber ich habe es so selten aus dieser Motivation oder aus diesem Aspekt gemacht, dass ich das ganz bewusst in meine Hand nehme, bevor ich den Dauerauftrag mache, bevor ich die Überweisung tätige, dass ich es in erster Linie Gott gegeben habe und dann dem Haus Gottes, der Move Church. Deswegen ein Tipp für dich und für mich. Lass es nicht zu, dass der Dauerauftrag einfach so läuft und ja, der läuft halt so, sondern da geschieht etwas Heiliges, etwas Kraftvolles. Sprich Worte des Lebens aus und du wirst merken, wie es innerlich, wow, da entsteht so ein Glaube, dass du Gottes Versorgungswunder erleben wirst in dem Namen Jesu. Amen. Amen. Vielleicht sagst du jetzt, oh Mann, Gott will 10 Prozent, das ist sehr viel Geld, gerade auch in unserer Zeit. Ich habe eine gute Nachricht für uns. Gott will nicht nur unsere 10 Prozent, er will uns und unser gesamtes Leben. Hast du schon mal diesen Spruch gehört, die Kirche will nur dein Geld? Nur zwei Leute, also wenn ich mit Menschen rede, die nicht an Jesus glauben, dann ist das gefühlt in jedem Gespräch. Wir sollten mehr mit Menschen reden, die nicht in die Kirche gehen. Aber warte mal, hast du schon mal den Spruch gehört, Apple will nur dein Geld? Ich kaufe mir keine Apple-Produkte, denn Apple will nur mein Geld. Nee, oder? Hast du schon mal den Spruch gehört, zu McDonald's gehe ich nicht, die wollen nur mein Geld? Das habe ich auch noch nie gehört. Aber wenn es um Kirche, um das Reich Gottes, um Körper, Geist und Seele geht und die Kirche, die wir als Move Church kümmern uns um Körper, Geist und Seele, es geht um ewiges Leben, da auf einmal heißt es, die Kirche will nur dein Geld. Aber dann isst man bei McDonald's ein Burger und eine Stunde später hat man wieder Hunger. Aber nein, McDonald's will nicht nur dein Geld, die wollen auch deine Gesundheit. Wir sehen manchmal, welche Lügen so vielleicht auch unbewusst in den Menschen und vielleicht auch bei uns da sind. Versteht mich richtig, der Punkt ist, wir glauben, dass Gott unser guter Vater ist. Seine Worte müssen es also gut mit uns meinen. Und darf ich dir was verraten, Gott ist besser, als du denkst. Wenn er von dem Ersten und von dem Zehnten spricht, dann ist es gut für dich und für mich, weil er gut ist. Guck mal, Gott gehört doch alles. Er ist nicht nur unser himmlischer Vater, er ist auch unser Senior-Chef, oder? Natürlich ist er auch unser himmlischer Vater, aber er ist unser Senior-Chef. Und wir als deine Kinder, als deine Söhne und Töchter sind doch Junior-Partner, oder? Und Gott könnte doch als Senior-Chef sagen, 100% gehören mir. Du musst mir alles geben. Ich bin dein Senior-Chef, du hast nichts zu melden jetzt. Aber Gott sagt, 10%, Junior-Chef, 10%. Und manchmal wollen wir dann auch noch ein bisschen argumentieren und sagen, ja, aber irgendwie passt das doch nicht zusammen. Darf ich es mal krasser formulieren? Gott fällt nicht vom Thron, wenn wir den Zehnten nicht geben. Das Problem ist nur, dass wir viel von dem verpassen an Segnung, was Gott eigentlich für uns bereithält, wir aber dadurch nicht empfangen. Lasst es mich noch krasser formulieren. Wir können es uns gerade in dieser verrückten Zeit, können wir es uns nicht leisten, den Zehnten Gott nicht zu geben. Wir können es uns nicht leisten. Warum? Wenn ich 10% meines Einkommens Gott gebe, werden die anderen 90%, sind sie geheiligt. Und aus göttlicher Perspektive, wenn ich dann die 10% gegeben habe und nur noch 90% haben, aus göttlicher Perspektive sind diese geheiligten 90%, sind sie mehr als 100%, die nicht geheiligt sind. Das ist göttliche Mathematik. Und glaub mir, sie ist besser als die menschliche. Das ist Gottes Mathematik. Der Zehnte ist also keine Rechnung für die Dienste der Kirche, die wir begleichen müssen. Der Zehnte ist eine Entscheidung über die Herrschaft in meinem Leben. Ist es Gott, mein Herr, mein Vater, mein Versorger, mein Retter oder ist es der Mammon? Wem schenke ich mein Vertrauen? Sind es meine limitierten Ressourcen und ich muss es schaffen, alles in meiner Kraft? Oder vertraue ich, und das ist ein Glaubensakt, Gott, ich gebe dir die 10% und vertraue dir, dass du mein Versorger bist. Wir verstehen also, dass wir den Zehnten in allererster Linie sogar nicht der Move Church geben, sondern Gott. Wenn du gedacht hast, der Zehnte, ja, ich gebe dir den der Move Church. Biblisch nicht so ganz. Du gibst ihn Gott. In allererster Linie. Und dann gibst du es dem Haus Gottes. Und natürlich, weil du hier in der Church bist, weil das dein Zuhause ist, gibst du es der Move Church. Aber in allererster Linie Gott. Da brauchen wir eine Veränderung in unserem Denken. Weil sonst geht es nur darum, ja, wir müssen hier Rechnungen zahlen und Rechnungen zahlen. Ja, natürlich. Aber du gibst es Gott in erster Linie, dem Haus Gottes. Das bedeutet, wenn du aus einer anderen Kirche bist, gibst du den Zehnten nicht hier rein, sondern dort in der Kirche, wo du zu Hause bist. Also wir haben jetzt gesehen, was das Alte Testament zu den Zehnten gesagt hat und Jesus zum Thema Geld. Was sagt das Neue Testament und speziell die Briefe aus über das Geben? Und dafür wollen wir in zwei Kapitel hineinsteigen und ich gebe uns kurz den Kontext. Paulus schreibt einen Brief und er hat es schon im Römerbrief gemacht, aber auch in den zwei Korintherbriefen. Er erwähnt er die Kirche, die Gemeinde in Jerusalem, die Christen, die in Jerusalem sind. Und denen ging es damals sehr, sehr schlecht. Und deswegen schreibt er in den Briefen, Leute, lasst uns zusammenlegen für unsere Geschwister in Jerusalem, so wie wir es getan haben für Pakistan. Und er sagt, sie brauchen unsere Hilfe, sie brauchen unsere Unterstützung. Und in dem Kontext, als er zu den Korinthern schreibt, schreibt er über Gemeinden aus Mazedonien, die sehr vorbildlich bei diesem Spendenaufruf mitgemacht haben. Und jetzt steigen wir ein in 2. Korinther 8, Vers 1 bis 5. Wir möchten euch nun, liebe Geschwister, von der besonderen Gnade berichten, die Gott den Gemeinden in Mazedonien geschenkt hat. Mazedonien war damals ein Teil der römischen Provinz, in Griechenland also nicht das heutige Mazedonien. Die Nöte, die sie durchmachten, bedeuteten eine große Bewährungsprobe für sie. Und trotzdem waren die Gläubigen von einer unbeschreiblichen Freude erfüllt. Ihre Freude war so groß, dass daraus trotz bitterster Armut eine überaus reiche Freigebigkeit entstand. Die mazedonischen Geschwister gingen, und das kann ich bezeugen, bis an die Grenze dessen, was ihnen möglich war. Ja, sogar noch darüber hinaus. Und sie taten es freiwillig und aus eigenem Antrieb. Eindringlich und inständig baten sie uns, um das Vorrecht, sich an dem Dienst der Hilfeleistung für die Gläubigen in Jerusalem beteiligen zu dürfen, als Zeichen ihrer Verbundenheit zu ihnen. Und noch in einer anderen Hinsicht übertrafen sie unsere Erwartungen, denn vor allem anderen stellten sie sich selbst in Übereinstimmung mit Gottes Willen, zunächst dem Herrn und dann auch uns zur Verfügung. In der Apostelgeschichte liest du, wie Paulus in Griechenland gepredigt hat. Und zwei Dinge sind geschehen. Menschen kamen durch das Evangelium zum Glauben, preist den Herrn. Aber auf der anderen Seite ist Verfolgung ausgebrochen. So, wenn du jetzt in einer antichristlichen Gesellschaft, die dich verfolgen, die dich ins Gefängnis werfen, sogar töten, Christ wirst, hat das meistens eine negative Auswirkung auf deinen Erwerb. Du wirst arbeitslos, du darfst nichts mehr verkaufen oder sonst wie. Auf jeden Fall haben sie mit der Verfolgung leider auch Armut erlebt, diese Gemeinden in Griechenland. Doch was schreibt Paulus? Diese Gemeinden baten Paulus, um das Vorrecht als arme, verfolgte Christen, den Christen in Jerusalem zu helfen? Es war nicht Paulus, der sie aufgefordert hat. Sie waren inständig. Da kommt so viel Dringlichkeit hinein, kann man herauslesen aus der Passage. Sie haben darum gebeten, Paulus, wir wollen es. Und Paulus denkt sich, boah, ihr seid doch schon so arm. Wie konnten sie das geben? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Und Paulus drückt es aus. 2. Korinther 8, Vers 1. Wir lesen es nochmal. Wir möchten euch nun, liebe Geschwister, von der besonderen Gnade berichten. Sag mal Gnade. Die Gott den Gemeinden in Mazedonien geschenkt hat. Wenn wir an Gnade denken, denken wir oft, ja, Jesus ist für mich gestorben, für meine Schuld. Er ist auferstanden, damit der Weg zum Vater frei ist. Ich Vergebung der Schuld bekomme und jetzt mit ihm verbunden bin auf Zeit und Ewigkeit. Amen. Ist das Gnade? Ja, natürlich. Doch Paulus legt den Fokus von Gnade jetzt auf einen ganz anderen Aspekt. Er drückt hier nicht nur die Gnade aus, was Gott in und für die Christen tut, sondern durch sie. Wir sehen, dieses Geben, dieses uneingenützige Geben, diese Freigebigkeit, diese Großzügigkeit war aufgrund der Gnade, die sie erlebt haben. Wie sieht nun das praktische Geben aus? Was sagt Paulus jetzt zu den Korinthern? Das Interessante ist, Paulus erwähnt jetzt gleich in 2. Korinther 9 keine Zahl. Er sagt auch nicht den Zehnten, sondern er sagt in 2. Korinther 9, Vers 6, Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jetzt würden manche vielleicht sagen, ja, Paulus, das ist manipulativ. Frag einen Landwirt, der kann dir diese Aussage bestätigen. Vers 7, jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Zwang spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Also wie kann ich ein fröhlicher Geber werden? Ohne Druck, ohne Zwang, ohne Manipulation, ohne du musst es aber. Wie kann das sein? Vers 8, Gott hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten. Damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedensten Weisen Gutes tun könnt. Und Vers 10 und 11, derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt. Und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneingenützig geben könnt. Du kannst nur ein fröhlicher Geber werden, wenn du weißt, dass Gott dein Versorger ist. Während ich meine Predigt vorbereitet habe, gab es so ein Aha-Moment. Und direkt habe ich zu meiner Frau gesagt, Sabrina, das muss ich mit dir teilen. Das habe ich noch nie in meinem gesamten Leben gesehen. Und das möchte ich jetzt mit dir teilen. Das Neue Testament hat 260 Kapitel und ja, ich weiß, Paulus hat nicht geschrieben 2. Korinther 8 und 2. Korinther 9, sondern das wurde dann später für uns, der Einfachkeit halber wurde das dann so gemacht, unterteilt. Danke. So, das Neue Testament hat 260 Kapitel und das Wort Charis, sag mal Charis, genau, kommt 155 Mal im Neuen Testament vor. Es wird übersetzt mit Gnade, mit Güte, mit Wohlgefallen, mit Dank. Also wenn du manchmal Dank liest oder Güte oder Wohlgefallen, kann es das griechische Wort Charis sein im Neuen Testament. Aber vor allem wird es mit Gnade übersetzt. 155 Mal kommt es im Neuen Testament vor. So in einem Kapitel kommt es am allermeisten vor im Neuen Testament. Kein einziges Kapitel hat mehr als sieben Nennungen von Charis. Und ratet mal, wo Charis Gnade am meisten vorkommt. Richtig, in 2. Korinther 8. Noch etwas. Ich habe es extra für dich herausgefunden. Du kannst es auch noch mal prüfen, das ist gut. In den zwei aufeinanderfolgenden Kapiteln, wo Charis Gnade am meisten vorkommt, in diesen 260 Kapiteln, rate mal, wo Gnade mit zehnmal am häufigsten, nirgendwo kommt es häufiger vor, wo das drinsteht. Richtig. In 2. Korinther 8 und in Kapitel 9. Deswegen schließt Paulus diese Kapitel auch ab mit der Gnade, nämlich 2. Korinther 9, Vers 15. Dank sei Gott für das unbeschreibliche große Geschenk, das er uns gemacht hat. Und jetzt meine Frage an uns. Das Wort Gnade, wo es am meisten im Neuen Testament vorkommt, 2. Korinther 8 und 2. Korinther 9. Um welche Thematik geht es dort? Es geht um Finanzen. Es geht um Kollekte. Es geht um Spendenaufrufe. Und wir denken uns so, hey, das kann doch nicht sein irgendwie. Aber anscheinend braucht es Gnade, um geben zu können. Anscheinend braucht es Gottes Über auf unserem Natürlichen, damit wir geben. Anscheinend braucht es eine göttliche Offenbarung von dem einzigartigen Geschenk, was wir durch Christus erhalten haben, damit wir geben können. Und dieses Geschenk ist nicht irgendetwas. Es ist jemand. Gott wird Mensch in Christus und verschenkt sich an uns. Gnade und Geld. Es passt so wunderbar zusammen. Wir brauchen eine göttliche Offenbarung, damit wir fröhliche Geber werden. Wenn unsere ganze, wenn diese Welt schreit, Geiz ist geil, ich mich meiner mir, Strompreise, Inflation, Krieg, verändert uns die Gnade Gottes von innen nach außen und wir werden großzügige Geber, die die Versorgungswunder Gottes erleben werden. Müssen wir Christen den Zehnten in das Haus Gottes bringen? Nein. Denn du bist nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Doch wir im neuen und besseren Bund, mit besseren Verheißungen, mit einem besseren Mittler, können mehr geben als im alten Bund, weil wir unter der Gnade sind. Es ist kein Gesetz mehr, sondern es ist Leben. Ja, im neuen Bund, in dem Reich Gottes, geht es eigentlich um eine überströmende, eine ungezähmte, ja sogar eine unverschämte Großzügigkeit, die nur durch Gnade möglich ist. Deswegen, wenn du die Frage stellst, muss ich die 10% geben, dann ist es schon die falsche Frage, weil du die Offenbarung über Gnade und über das Geschenk noch nicht so tief in deinem Herzen verankert hast. Lasst uns zu den Action Steps kommen, wie wir dieses Wort in unserem Leben erfüllen können. Der Zehnte ist nicht das Endziel, ihr Lieben. Es ist der Anfangspunkt fürs Geben. Und was meine ich mit dem Zehnten? Es kommt in das Haus Gottes hinein. Und ich bin so dankbar, in einer Kirche zu sein, die so großzügig sind. Aber lasst es mich ganz deutlich sagen. Der Zehnte ist nicht, okay, ich habe jetzt eine Person aus der Gemeinde finanziell unterstützt, deswegen gebe ich jetzt weniger bei meinem Zehnten für die Gemeinde. Der Zehnte ist auch nicht, ich habe für Pakistan, war ich großzügig, deswegen gebe ich nicht in die Gemeinde. Der Zehnte gehört dem Haus Gottes, wo du dein geistliches Zuhause hast, der Move Church. Und alle anderen Dingen, so das Wort Gottes, gehen darüber hinaus. Das heißt, das, was ich von Gott aufs Herz bekommen habe für Pakistan, war über meinen Zehnten hinaus. Dort, wo ich Menschen unterstütze, dort, wo ich es auf dem Herzen habe, jemandem mal 50 Euro zu schenken, einfach so, das ist nicht mein Zehnter. Wenn du Fragen hast, lies die Bibel. Kommen wir zu den Action Steps. Jesus sprach einmal ein Gleichnis vom Seemann. Seemann, nicht der Seemann auf dem Wasser, sondern der Seemann, der aussäte. Nämlich, was säte er aus? Er säte Samen. Einiges fiel auf dem Weg und es wurde gefressen von Vögeln. Einiges fiel auf Steine. Einiges fiel unter Dornen und Dieseln. Und einiges fiel auf gutem Boden und es brachte Frucht 30, 60 und 100-fach. Und die Jünger konnten das irgendwie nicht verstehen. Und sie fragten ihn, Jesus, was meinst du eigentlich damit? Und Jesus sagte zu ihm, der Same, der ausgesät wird, ist das Wort Gottes. Und diese Böden sind Herzensböden von Menschen. Und in Matthäus 13, Vers 22 sagt Jesus, der aber unter die Dornen gesät ist, das ist, der das Wort hört und die Sorge der Welt und der trügerische Reichtum ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Warte mal, über welche Worte reden wir hier gerade? Es sind, richtig, es sind Gottes Worte, die ausgesät werden und die können bei Dornen und Dieseln erstickt werden. Warte mal, das kraftvolle Wort Gottes, er sprach und alles kam in Existenz. Er sprach und Menschen wurden geheilt und werden heute immer noch geheilt. Dieses kraftvolle Wort Gottes kann in meinem Herzen durch meine Sorgen erstickt werden. Und das ist der Punkt. Das allmächtige Wort Gottes durch meinen kleinen Sorgen und durch meinen Blick auf den trügerischen Reichtum, das Wort Gottes wird keine Frucht bringen. Diese Predigt kann umsonst gewesen sein, weil wir uns die ganze Zeit Sorgen machen. Ich weiß, wir reden in letzter Zeit viel über Preise und wenn man mit den Leuten in Kontakt tretet. Aber wann war das letzte Mal, als du mit jemandem aus der Church oder sonst wo geredet hast, über diese Thematik, dass jemand gesagt hat, aber weißt du was, Gott ist immer noch mein Versorger. Und weißt du was, ich darf immer noch großzügig sein, sogar über meinen Zehnten hinaus. Wie geht das? Gnade. Gnade und Geld. Lass uns doch, wir dürfen es doch nicht zulassen, dass wir im Gespräch miteinander, dass die Sorgen noch größer werden. Dann erstickt das Wort Gottes doch noch mehr in unserem Herzen. Gott möchte es so sehr für uns. Dass es uns gut geht. Dass er unser Versorger ist. Dass unser Geld geheiligt ist und geweiht. Danke, Jesus. Lass doch für einen kurzen Moment der Privatsphäre, lass uns doch einfach unsere Augen schließen. Und ich möchte, dass du jetzt wirklich genau zuhörst. Wir haben auf den Plätzen wurden Kollektenumschläge verteilt. Und in dem Kollektenumschlag sind zwei Bibelferse drin. Und mach einfach deine Augen zu, du brauchst da jetzt nicht reinschauen, sondern lass das Wort Gottes jetzt einfach auf dich wirken. Das nächste Mal, wenn du dir überlegst, wann gebe ich, wie viel gebe ich, Dauerauftrag und sonst was. Lass dein Geben immer von diesen zwei Bibelstellen geprägt sein. Zweiter Korinther 9, Vers 8. Gott hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedensten Weisen Gutes tun könnt. Dank sei Gott für das unbeschreiblich große Geschenk, das er uns gemacht hat. Das nächste Mal, wenn du über Geben, über Finanzen nachdenkst, möchte Gott, dass du über Gnade nachdenkst. Und vielleicht machst du es genau direkt nach dem Gottesdienst. Bleibst hier noch einen kurzen Moment sitzen oder zu Hause mit deinem Partner, mit deiner Frau oder mit deinem Mann. Und dann nimmst du dieses Kärtchen und ihr fragt euch die Frage, geben wir, weil wir es müssen oder weil wir eine Offenbarung darüber haben, wer Gott ist und wer wir durch ihn sind. Denn Gott möchte, dass wir Gnade und Geld zusammen sehen und nicht voneinander trennen. Und Jesus, ich bete, Herr Heiliger Geist, du bist so herzlich willkommen, dein Werk in unserem Herzen zu tun. Du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und im Namen Jesu komme ich jetzt an gegen jeden Berg der Sorgen, der sich manifestiert hat in den letzten Wochen. Ich spreche einen Stopp hinein durch die Kraft Gottes. Ich spreche aus, dass die Liebe Gottes jede Furcht austreibt im Namen Jesu. Im Namen Jesu reißen wir die Wurzeln heraus aus unserem Denken und aus unserem Herzen. Denn das Wort Gottes soll aufgehen und Frucht bringen. 30, 60 und 100-fach. Im Namen Jesu spreche ich göttliche Versorgungswunder aus. Dort, wo Menschen denken, ich kann es mir nicht leisten, den Zehnten zu geben. Ich spreche Gottes übernatürliche Versorgung aus. Ich spreche Mut aus und Kühnheit, den Zehnten das Erste zu geben. Ich spreche die Gnade Gottes aus in dem Namen Jesu über unser Leben. Wir danken dir, Herr, dass unser Leben, dass wir als Move Church in deiner Hand sind. Wir lieben dich, Jesus. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gnade und Geld. Wir haben so viel von Geld, aber auch ganz viel von Gnade gehört. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, ich habe das alles nicht so ganz verstanden. Ist kein Problem. Das Wichtigste kommt jetzt. Jesus liebt dich. Er ist die Gnade in Person. Er hat alles für dich gegeben. Er ist gestorben für deine und meine Schuld. Er ist auferstanden von den Toten, damit uns nichts mehr von der Liebe Gottes trennen kann. Du darfst dieses Geschenk der Gnade annehmen, Vergebung erleben. Du darfst wissen, dass du heute ein Kind Gottes wirst und dass der himmlische Vater deine Ressource ist. Dass er dein Vater und dein Versorger ist. Und wenn du heute hier bist oder online oder auch in Gießen und sagst, ich kenne diesen Gott noch nicht. Dann lasst uns für einen kurzen Moment alle gemeinsam unsere Augen schließen für einen kurzen Moment der Privatsphäre. Aber wenn du sagst, ich möchte heute und jetzt Ja sagen zu diesem Gott. Ich möchte das Geschenk der Vergebung annehmen. Dann heb doch jetzt bitte deine Hand, während keiner die Augen geöffnet hat. Niemand nach links oder rechts schaut. Dankeschön. Dankeschön. Sind noch mehr Leute hier, die die Gnade Gottes, Vergebung heute annehmen. Jesus hat alles für dich getan, damit du dieses unbeschreibliche Geschenk. Dankeschön. Ich sehe dich da auch oben. Danke, Jesus. Ist noch jemand hier? Dankeschön. Dankeschön. Jesus kämpft um dein Herz. Danke, Jesus. Ist noch jemand hier, der sagt, ich möchte mit Jesus leben. Ich möchte, dass er meine Schuld vergibt. Dankeschön. Wow. Ihr dürft eure Hände herunternehmen. Wir möchten jetzt ein Gebet sprechen. Und dieses Gebet wird dich mit dem himmlischen Vater verbinden. Deswegen lasst uns hier vor Ort, zu Hause oder auch in Gießen das gemeinsam sprechen. Himmlischer Vater. Danke für dein einzigartiges Geschenk. Danke für Jesus Christus, der für meine Schuld gestorben und am dritten Tag auferstanden ist. Deswegen bitte ich dich, vergib mir meine Schuld. Reinige mich von jeder Sünde. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Von nun an bin ich dein Kind. Und du bist mein himmlischer Vater. In Jesu Namen. Amen. Hey, vielen Dank, dass du dir eine Predigt aus der Move Church auf unserem Kanal angeschaut hast. Wir hoffen sehr, dass dich diese Botschaft inspiriert und auf deiner geistlichen Reise vorwärts gebracht hat. Falls du keine eigene lebendige Kirche in deiner Nähe hast, dann laden wir dich ein, einfach mal in unserem Online Campus vorbeizuschauen. Da leben wir Kirche online und wir treffen uns zum Beispiel unter der Woche in Online Connect Gruppen. Und wenn du heute eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus getroffen hast, dann gratulieren wir dir. Wir freuen uns mit dir. Wir würden dir sehr gerne eine Bibel und eine Broschüre zu den ersten Schritten als Christ kostenlos zukommen lassen. Klick doch einfach dafür und auch wenn du mehr über uns als Move Church wissen willst, auf den Link zu unserer Website. Alle aktuellen Predigten findest du in der verlinkten Playlist oder du abonnierst einfach unseren Kanal. Und wenn du mithelfen willst, die Botschaft vom Gott der Liebe und Gnade weiter zu verbreiten, dann kannst du uns gerne über unsere Website finanziell unterstützen. Bis demnächst.